Yo Leute, was geht? Heute zeige ich euch Fallgeist Tipps und Tricks, um mehr zu gewinnen, beziehungsweise das hier schafft euch öfters zu qualifizieren. Es kann sein, dass du den einen oder anderen Trick schon kennst, aber ich bin mir sicher, dass hier mindestens einer drin ist, den du noch nicht kennst. Deswegen lohnt es sich, das Video bis zum Ende anzuschauen, damit du keinen wichtigen Fallgeist Tipp verpasst, beziehungsweise Trick. Und wenn du neu auf meinen Kanal gestoßen bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, damit du hier keine Fallgeist Tipps und Tricks oder auch Fallgeist Custom Games verpasst. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch jetzt schon mit dem Video an. Ich habe mir das so überlegt, dass ich jetzt einfach in die Runde gehe, euch Tipps für jedes Minigame gebe, was ich spiele. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hilft das Video und wir fangen auch jetzt schon an. Hier sind wir schon im ersten Game. Hier ist einfach wichtig, dass ihr gutes Timing habt. Ich laufe jetzt nicht darüber, weil das hätten wir vielleicht nicht geschafft. Ihr solltet immer dahin gehen, wo es gerade runter geht, also nicht dahin, wo es gerade schon unten ist. Also hier warte ich lieber kurz und dann kann ich hier rüber rennen. Und da würde ich auch niemals seitlich hingehen, weil das macht immer zu spät auf. So, und jetzt bin ich wegen euch stehen geblieben, beziehungsweise für euch, dass ihr das Ganze seht, was ich meine. Und hier natürlich das hier, ja okay, dass da jetzt das Hindernis gekommen ist, war natürlich unlucky. Und hier natürlich nehmt das hier, geht nicht auf das hier, weil das würdet ihr nicht bekommen. So, perfekt. Würde mal sagen, das war es auch schon für das erste Minigame. Da konnte man jetzt leider nicht so viel dazu sagen. So, wir sind gerade beim Türenlauf und das ist ganz links. Das ist es, weil ihr seht hier schon an den drei Ecken könnt ihr Unterschiede sehen. Das ist viel kleiner als die beiden hier unten. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt schon erkennen. Wenn nicht, ich zeige es euch auf jeden Fall nochmal hier ingame. An den weißen, soweit ich weiß, kann man das leider nicht erkennen. Also hier ist das Zufall einfach. Und bei den letzten drei Reihen kann man das gut erkennen. Okay, was ich euch auch als Tipp mitgeben kann, hechtet nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade gehechtet bin. Und lauft am besten nicht in der ersten Reihe. Lasst lieber Leute vorlaufen, die dagegen springen. Ja, perfekt. Ja, sehr schön. So wären wir halt gerade gegen das Falsche gesprungen. Und da lasse ich jetzt auch vor. Okay, das könnte sein. Nein, auch nicht. Okay, dann ist es das ganz außen. Und wie gesagt, wenn ihr bei diesem Strudel seid, also wo richtig viele Leute sind, da empfehle ich euch zu echt, wie zum Beispiel hier. Weil dann fallt ihr auf die Menschenmasse und ihr werdet nach vorne getrieben. Und hier, das ist es. Äh, ja, das meine ich natürlich. Da habe ich gerade links und rechts vertauscht. Also leider konnte ich es euch gerade nicht mehr so gut zeigen. Aber ich blende es euch einfach nochmal ein. Da seht ihr halt jetzt die Unterschiede. Ich weiß zwar nicht, warum er mich festgehalten hat, aber GG. Rock'n'Roll ist das nächste Game. Da kann ich euch auf jeden Fall auch einen guten Tipp geben. Am Anfang würde ich euch einfach empfehlen, schiebt den Ball mit an. Es reicht normalerweise drei bis vier Leute. Mehr Leute sind eigentlich unnötig. Und was ich euch empfehle, also ich schubse die erstmal da mit an. Und dann geht nach vorne und macht den, äh, Richtungs, äh, so. Dass ihr die Richtung angeben könnt. Ihr stellt euch einfach da hin. Wartet. Ich zeige es euch. Ihr geht hier hin. Und dann prallt man nicht dagegen, sondern ich kann gleich den rüberschieben. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ihr habt das, äh, verstanden, was ich meine. Ich denke, was war das? Warum sind wir jetzt alle hingeflogen? Auf jeden Fall, Rot ist ganz hinten. Und, okay, Rot will uns definitiv griefen. Das ist, äh, schade. Oder schaffen wir es? Okay, ich gehe mal lieber zu Rot. Äh, nicht, dass wir hier noch, äh, verlieren deswegen. Aber, ja, okay, wir sind weiter. Wir sind weiter. GG. Also, das war halt richtig stark. Dafür sind wir wahrscheinlich auch Erster geworden. Weil ihr spart da enorm Zeit, wenn einer vorgeht und dann den Ball vor dieser Kante wegschubst. Und ich würde mal sagen, ab zum vierten Minigame. Bei Abschweifen ist das Wichtige, äh, dass euer Movement gut ist. Das, äh, Spiel ist leider auch ziemlich zufällig. Deswegen kann es auch sein, dass ihr gut spielt und dann trotzdem verliert. Ähm, ich muss mal schauen, dass wir hier kurz einen Schweif bekommen, damit, äh, damit ich euch das demonstrieren kann. Zum Beispiel hier, den könnten wir bekommen. Nein, kriegen wir natürlich nicht. Okay, wir müssen erst mal schauen, dass wir einen Schweif bekommen. Und geht am besten dahin, wo nicht zu viele Leute sind. Ah, Mann. Okay, gerade sieht es nicht gut aus, aber wir haben auch noch eine gute Zeit. Also macht euch auch nicht zu nervös, wenn ihr am Anfang nicht gleich einen Schweif habt. Und das kann ich euch zum Beispiel empfehlen, dass ihr am Anfang hier ein bisschen rumspringt. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay, nein, jetzt haben wir unseren Schweif wieder verlor. Warum habe ich meinen... Hallo? Hä, eigentlich hätte ich den Schweif haben müssen. Und versucht halt auch Abkürzungen zu nehmen. Zum Beispiel, das war eine relativ gute Abkürzung. Aber er war halt trotzdem noch immer einen Ticken schneller. Okay, das war jetzt schlecht. Ja, ihr seht schon, normalerweise, die Abkürzung ist zum Beispiel auch sehr gut. Da springt ihr einfach rüber. Das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen. Ja, das war halt schon wieder Unlucky. Den habe ich nicht gesehen. Oh, Mist. Okay, den könnten wir... Warum... Okay, den haben wir jetzt. Den haben wir jetzt doch nicht mehr. Ihr seht schon, das ist ziemlich RNG, das Game. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, ja, ihr seht schon, das ist ziemlich viel Glück auch dabei. Unser Movement war jetzt auch nicht so perfekt. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Also, dass man immer von einem Spot zum anderen springt. Am besten nicht unten rennt, wo alle sind. Und ja, wir kommen auf jeden Fall jetzt schon ins Finale, würde ich sagen. Und da kann ich euch auf jeden Fall... Ich hoffe mal, dass... Gehäckselt... Nein, nicht... Wie heißt das Spiel? Dieses Hexagon. Das meine ich. Vielleicht kriegen wir das Game. Nein. Bei Bergspitze, das Game ist mein absolutes Hass-Game. Ich werde das auch sehr wahrscheinlich verlieren. Ich habe eigentlich meistens Pech mit meiner Startnummer. Beziehungsweise, ich kriege ganz gerne meinen Ball ab. Aber was ich euch empfehle... Ja, ich bin halt wieder letzte Reihe. Das ist halt so klar. Was ich euch empfehlen kann, versteckt euch immer hinter den Rauten. Also, ich kann euch gleich zeigen, was ich damit meine. Und ich weiß nicht, warum ich hingeflogen bin als Einziger. Weiß ich nicht. Ähm, okay, hier... Ja, das ist halt schon wieder... Das ist halt echt unlucky, das auch. Ähm, hier könnt ihr euch dahinter verstecken. Perfekt. So, und hier müsst ihr schauen, dass ihr immer hinter diesen Routen... Äh, Routen, ja. Ja, ihr seht schon, der Ball kam viel zu schnell. Ich meine, natürlich hinter diesen Routen verstecken könnt. Und hier immer ganz schön außen, aber wir haben keine Chance. Das Game ist halt immer so. Da könnt ihr rüberspringen. Ja, bei schwindelnder Höhe kann man leider gar nicht so viele Tipps geben. Außer wenn ihr ganz am Anfang spawnt, dann springt hier drüber nicht. Das kann ich euch jetzt zeigen, was ich damit meine. Also, lauft. Nur wenn ihr springt, verliert ihr immer so ein bisschen Zeit. Ihr seht schon, wir sind relativ weit vorne, obwohl wir eigentlich ganz hinten gestartet sind. Ihr seht, wir sind jetzt eigentlich gerade vierter. Und hier ist einfach nur wichtig, dass ihr, ähm, ausweicht. Zum Beispiel hier rüber rennen. Und dann hier kommt gleich ein Ball. Ja. Und dann hier rüber reinhechten. So, okay. Das war jetzt ein bisschen unlucky. Werden eine Millisekunde später rausgekommen dabei. Dann werden wir auch weiter rü... Boah, du bist... Oh, werden wir deswegen runtergefallen. Ähm, hier solltet ihr am besten nicht hechten. Und springt immer in die Richtung, äh, wo sich das Teil hindreht. Ich bin jetzt aus der Sien zweimal gehechtet. Das ist noch immer in meinem Unterbewusstsein. Aber macht das auf jeden Fall nicht. Hier solltet ihr immer abwarten auf die Bälle. Wenn da jetzt zum Beispiel zwei Bälle kommen, dann nicht springen. Dann wartet ihr ab und hier immer hechten. Weil... Oh, kommt's so. Jetzt. Nein, doch nicht. So, jetzt aber. Und lauft hier auch immer ganz außen. Die Bälle sind normalerweise immer in der Mitte. Und damit kommt ihr eigentlich auch immer safe weiter. Und falls ihr mal bei diesen Drehschreiben runterfallen solltet, ist auch kein Problem. Macht das unten einfach so schnell wie möglich. Dann seid ihr halt als 30. da drin oder sowas. Bei Rollfeld ist das Wichtige, dass ihr euch wirklich konzentriert. Nehmt das Ganze ernst. Also wenn ihr unbedingt weiterkommen wollt, dann würde ich sagen, nehmt das ernst und konzentriert euch da. Weil das ist wirklich ein Spiel, was eigentlich viel Aufmerksamkeit erfordert. Da geht es halt nicht darum, jetzt irgendwie die krassesten Moves zu machen oder so. Sondern einfach, dass ihr das clean runterspielt. Und wenn ihr jetzt nicht der beste Spieler seid, dann würde ich euch auch einfach empfehlen, dass ihr... Ich dachte, ich fall da gleich runter. Ähm, dann würde ich euch auch einfach empfehlen, dass ihr nicht grieft. Ich mach's manchmal. Aber manchmal denke ich mir, yo, ich will safe weiterkommen. Ich bin auch schon ein paar Mal runtergefallen, weil ich gegrieft hab. Und, äh, das will man normalerweise nicht. Und, äh, ja. Okay, hier sind schon ein paar Leute raus. Und, was ich euch auch empfehlen kann, geht immer... Oh Gott. Geht... Ey, ich muss mich hier auch so konzentrieren. Habt ihr das gesehen, wie knapp das bei ihm grad war? Versucht immer auf die großen Plattformen zu gehen. Weil wenn ihr auf so eine kleine geht, kann es passieren, dass euch einfach... Nicht, weil der will's gar nicht absichtlich machen, aber dass er einfach euch wegrampt, indem er so vorbeiläuft. Ihr seht schon, da wird man ganz gut weggeboostet. Der eine wäre jetzt auch fast runtergefallen. Und ich auch. Das ist auf jeden Fall, ähm, mega... Ähm... Gefährlich. Und da würde ich... Oh Gott. Schaffen wir das noch? Ja, seht ihr das? Wir wären halt fast runtergeflogen, nur weil er sich so schnell bewegt hat. Boah, das ist auch... Oh, oh. Wow. Also, das ist echt eine intense Runde. Das hatte ich schon lang nicht mehr. Ja, jetzt zum Beispiel... Seht ihr das Problem, was ich öfters mal hab? Ich werd einfach weggeboostet und kann dann nicht in dem Moment auf die andere Plattform und könnte deswegen runterfallen. Deswegen versucht er auch nur zwischen zwei Plattformen zu wechseln. Ich find, das ist eins der schwierigste Spiele außer halt das, äh, Finale. Außer Hexagon. Hexagon ist das schönste Finale. An alle anderen Finale feier ich gar nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsfinale ist. Ich hab jetzt seit fünf Tagen kein Hexagon mehr bekommen. Deswegen, es ist echt schade. Ausweichmanöver ist eigentlich ein relativ einfaches Spiel, aber mit sehr viel Glück verbunden. Ihr solltet immer abwarten, bis diese vier oder fünf Obstteile da durch sind. Springt da jetzt nicht. Und geht niemals in die Mitte. Also geht immer hier so seitlich. Weil in der Mitte kommt manchmal so ein Holzteil. Und das ist halt auch mega nervig. Ich hab's jetzt gerade gesehen. Ähm, ja. Hier immer schön ausweichen. Lauft immer hinter einer anderen Person. Ihr seht, die andere Person hat mich gerade geschützt, weil sie es abbekommen hat. Dass ich davon jetzt umgekippt bin, war ein bisschen komisch, aber ist okay. So. Und jetzt hier schön hechten, damit ihr runter vom Laufband seid. Und wir sind schön vierter Platz. Passt auf jeden Fall. Ohne Probleme. Wir wurden einmal gehittet. Das ist gar kein Problem. Und geht wirklich nie in die Mitte. Immer schön seitlich. Und wartet immer die erste Obstladung ab. Überhaupt, wenn ihr in der ersten Reihe seid. Wenn ihr in der letzten Reihe seid. Dann könnt ihr eigentlich gleich springen. Sturzball. Eins der zufälligsten Spiele. Ähm. Wenn man halt Team Gelb ist. Sieht meistens nicht so gut aus. Aber das müsst ihr schon aus dem Kopf eigentlich bekommen. Ich bin zum Beispiel Team Gelb. Wenn wir jetzt rausfliegen, ich lasse es trotzdem drin. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Geht in die Defensive. Geht in die Defensive. Zum Beispiel, wenn ihr seht, euer Team spielt komplett aggressiv. Dann solltet ihr wenigstens, äh, dass wenigstens einer der Defensive ist. So wie ich das hier gerade mache. Zum Beispiel, ich könnte jetzt den Ball holen. Also falls ihr jetzt hier herkommt. Dann könnte ich ihn schön in die Mitte schießen. Und dann könnte Team Gelb den schon rein machen. Also so spiele ich das immer. Okay, äh, zum Beispiel die beiden Bälle kommen jetzt auf uns zu. Team Gelb ist wieder komplett lost. Habt ihr das gesehen? Okay, ich bin noch... Das habt ihr nicht gesehen. Oh mein Gott. Was macht mein Team? Oh, die sind ja genauso schlecht wie ich. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade so komisch gesprungen bin. Aber das war komplett lost, okay? Das, äh, das tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Setzt einfach etwas besser um als ich. Ähm, okay. Der will den Ball jetzt sicher hier her schießen. So. Okay. So, sehr schön. Und jetzt pushe ich etwas. Okay, ich konztriere mich lieber auf den Ball. So, und jetzt schön in der Defensive. Wenn der Ball jetzt herkommen sollte. Schön warten, schön warten. Okay, ich bin gerade komplett angestrengt. Okay. Aber mein Team... Zum Beispiel hier könnt ihr hinrennen. Oder auch, äh, nicht. Also ich boost heute den Ball ganz schlecht weg. Sehr schön. Obwohl unser Team so schlecht ist. Vielleicht ist Team Blau genauso schlecht. Okay, hier zum Beispiel den Ball würde ich jetzt bekommen. Ja. Kein Problem. Hat sogar mein Teammate geschafft. So, okay. Sieht eigentlich gut aus da für uns, dass wir den reinbekommen. Oh, 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 oh. Schade, schade, schade. Schade. Das war sehr knapp. Okay, den kriege ich zum Beispiel. Sehr schön. Wir haben schön defensiv gespielt. Wir müssen nicht immer im Angriff-Modus sein. Solange wir weiterkommen, wir sind sogar als Team Gelb weitergekommen. Ja, das ist schon ein Statement. Ich lasse das jetzt einfach mal drin, auch wenn wir das verlieren. Weil ich finde, das ist ziemlich unlucky manchmal. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so bei uns läuft. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, am Anfang erst gar nicht zu creepen. Am Anfang lasst ihr das Creepen komplett weg. Und dann, wenn ihr nur noch so zu dreht oder zu viert seid, beziehungsweise wenn das Teil ganz schnell ist, dann könnt ihr anfangen zu creepen. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen festhaltet, der kriegt einfach Hass auf euch. Davon habt ihr nichts. So, erst warten, erst abwarten. Ich muss definitiv rüber. Okay, aber ich muss aber abwarten, bis das Ganze hier weg ist. So, da sind wir auf jeden Fall schon drüben. Der, äh, der Ping, nicht Pinguin. Wie heißt das Tier? Oh Mann, bin ich lost. Ja, sehr schön. Wir standen auf jeden Fall auf der falschen Seite. Logischerweise ist jetzt auch keiner runtergefallen. Okay, beide Platten sind bei uns. So, und wenn sich das jetzt langsam schneller dreht, könnt ihr versuchen, die ersten Leute festzuhalten. Und haltet die wirklich nicht lang fest. Weil ich hab's am Anfang immer so gemacht. Ich hab einen festgehalten, aber immer zu lange. Und dann sind wir beide runtergeflogen. Das war lost. Aber das ist auch schon lang her. Deswegen immer nur so kurz antappen. Und dann sofort natürlich wieder auslassen. Und weicht immer vor dem großen Teil aus. Ja. Oder spring ich so rüber? Ja. Also immer schauen, dass ihr nicht wie so eine Wand getroffen werdet. Da geh ich jetzt auch zum Beispiel sehr weit weg. Und da ist der erste fast rausgeflogen. Warum bin ich jetzt hingefallen? So was... Oh, ja, okay. Einer versucht mich zu creepen. Ich merk's schon. Okay, einer ist raus. Und jetzt langsam könnt ihr anfangen zu creepen. Ich spring doch nochmal so. Warum... Hä? Kennt ihr diese Spring-Bug? Ich komm grad einfach nicht springen. Ich hab den Dino so gesaved. Ich hab den Dino so gesaved. so... Okay, eigentlich will ich anfangen zu creepen. Okay, drei Leute sind raus. Ich find, das ist auch ein sehr anstrengendes... Game. Oh! Boah! Okay. Was? Okay, ich... Ich seh schon, der eine hat Bock zu... Habt ihr das gesehen? Schade, ich wurde dann nach oben geboostet. Das hab ich auch noch nie gehabt. Wie gesagt, ich kann euch dann nur empfehlen, fangt an. Zum Beispiel ab jetzt hätte ich die Leute festgehalten. Und ich würd mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr nochmal ein Vollgeist-Tipps- und-Tricks-Video wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo da. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!